Musik Guckt mal, ob wir alle eine Einladung haben. Digi ding 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 ding. Zugriff zulassen. Ich hab grad diese... Ach du Scheiße. Muss ich jetzt was malen? Ja. Ach du grüne Neune, ich bin drin. Ja. Nee, äh, äh, äh. Oh, das wollte ich. So, ihr müsst raten, ne? Jep. Ja. Ist dieser Kreis da drin gewollt, oder? Nee. Prost! Einen Jep. Aber ohne, ihr könnt niemals über sich nehmen. Erkennt ihr schon was? Muss ich was sagen? Ich erkenne, äh Warum ist das denn jetzt? Ihr müsst raten Ja Aber Das ist einfach mal so nichts sagen Ach, ihr macht was Fast, fast, fast richtig Fast richtig Achso, ich hab's doch Restaurant Ja, das war aber auch ein Restaurant Ach, ihr habt Punkte bekommen dafür? Ja, ja Hast du das noch nicht gespielt? Nee Okay Achso, und ich muss jetzt schreiben, wenn ihr was macht, oder was? Genau, ich muss jetzt zeigen Und jetzt sind wir halt Erraten Was ist das denn? 17 Buchstaben, da ist nicht wenig So Nee, passt nicht Auto, auto Sauerne Nee, das sollte doch nicht Keine Ahnung Ja, dann lass hier vorne Passt Oh, geil Krieg ich Punkte dafür? Äh, weiß ich gerade gar nicht Oh, okay Versuch mal was Achso, scheiße 18 Buchstaben Ja, ist irgendwie nicht so ganz Einfach Okay, wie mache ich das? Biss Messerwerfer Gut, so schlecht Weiß auch nicht, wie ich es anders irgendwie Logisch Keine Ahnung, wie ich es malen soll Sorry Ähm Hübschspielautomat Nein Der war gut gemalt eigentlich Eigentlich nicht Eigentlich überhaupt nicht Von Schoen Ah, nein Den will ich doch gar nicht Äh, äh Ich weiß, wie ich es Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo? Doch, 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 doch. Ah, er ist wieder da. Ich werde hier gerade vom Arbeiten abgehalten. Mach doch mal. Oh ja, so fühlt es sich gut an. Lecker. Aua. Diggi? Ja? Wieso hast du nur eine Fliege? Keine Ahnung, dass das Avatar war so. Ach so. Ich habe das nicht wirklich jetzt irgendwie abgeändert. Ja, ich habe mein eigenes Bild hochgeladen, deswegen. Ach so, ja. Sehr schick. Ja, ich habe mal ein bisschen den Bart stehen lassen hier und dachte ein bisschen was auf Shantikor und so. Und, ja. Kein Ding, ne? Wat mut an mut? Wat mut dat mut do? Hallo? 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 Warte mal, lass mich geraten. Du kannst tote Menschen sehen? Hallo? Hm? Ich kann tote Hunde sehen. Tote Hunde? Tote Hunde? Ey. Und der tote Hund leckt gerade meine Hose ab. Oh ey. Du Sau, ey. Schöneres rechte Bein. Hm. Aber warte mal ab. Ich heb das gleich mal. Oh, bitte nicht. Kribbelt. Oh, geh los. Ach so, ist meine Tasse über Platz? Oh, fast. Scheiße. Warte, für den Fast Endspurt mein Sekt-Dingseln. Ah, geht's los? Jo. Hm. Wer meint denn gerade? Ich? Sieht man doch wie scheiße. Ach so. Oh. Oh. Oh Gott, jetzt kommt das Schwierigste. Ach so, für mich das Schwierigste. Hm. Ah. Oh nein, ist das schlecht. Boah ey. Aber so schlecht kann's ja nicht sein, du hast es ja erraten. Ja, weil da oben plötzlich ein W stand und so. So. Wer ist denn dran? Sie. Acht Buchstaben. Ah. 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 Au, au, au! Sechs Buchstaben, da mach ich mit. Oh! Ey! Ah, bissl versetzt, aber... Wie kann man denn einen bösen... Oh, mäh! Das eine Ohr ist mir ein bisschen operativ schief. Ich verliere ich aber. Äh, äh... Wusstest du ja gar nicht... Socht. Ey, Buchstaben! Nein! Hä? Ähm... Ähm... Ich kann es nicht wirklich machen. So... Ähm... Äh... Äh... Nein, warum... Achso. Ah, ich weiß es. Kannst du gar nicht wissen. Ah, ne. Ähm... Landschaft. Scheiße! Warum? Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Hä? Ich verkack grad an. Das waren meine, meine, meine Zeichen. Meine Dinger, die eigentlich da sein sollten, nicht da sind. Äh... Ich muss jetzt leider schnell machen. Ich wollte das eigentlich richtig künstlerisch machen. Das hat man immer im Sportunterricht früher. Sportfest. Ich wollte es eigentlich schöner zeichnen, aber ich hatte keine Zeit mehr. Alter. Ich hatte eigentlich so eine gute Idee dafür. Aber... Ja... Selbstverkackt. Ja. So, ihr lacht jetzt wieder. Ah, okay. Nee. Ganz klar, Kirby. Nee, der soll da nicht hin. Äh... Ah, da gibt's einen Stift. Jetzt erkenne ich den Stift das erste Mal. Yo! Da war doch Tudi. Tudi Frudi. Aber wie soll ich das denn machen? Mit einer Menge Fantasie. Fanta Sie. 10 Buchstaben. mez ograf ma towel very לו Money köder Oh, ich dachte Ich mach's das mal einfach so Ich mein, diese scheiß Zeit im Backen, ey Hals Ja, ich weiß nicht, wie ich's Zeichnen soll Sorry Eine Vaginaltablette? Achso Nein, oh, das war ja gemein Das war scheiße gezeichnet Nee, wie willst du das zeichnen? Ja, und ich hatte dann noch Erkunden Wie willst du Erkunden zeichnen? Wir sind jetzt dran, achso 17 Buchstaben Also falls es irgendein Gefährt ist Deine Räder sind aber auch nicht grad die Besten Nur mal, dass ich das mal so mit erwähnt habe Ich weiß nicht, dass es Räder sind Das ist aber jetzt die Hauptsache Mit Zug Stimmt irgendwas mit Zug Oh scheiße Ähm Oh, da hab ich verkackt, aber Ich kann's doch einfach mal So, oben soll übrigens eine Leiter sein Gut Huch Gott Was ich bei mir beschwägt, weißt du? Oh, nee! Bei dem Feuerwehr-Löschzug war ich schon so nah dran, ne? Ja. Da freust du dich, ne? Ja. So, ihr lacht jetzt wieder. Ah. Ich glaub, das sind deine Standards dazu bei dem Spiel. Egal, was kommt, auch wenn's perfekt ist. Boah, ihr lacht gleich wieder. Warum hat Didi das Spiel verlassen? Ich hab die Verbindung zum Host unterbrochen. Nein. Verloren. Wie kann man so blöd sein? Verloren? Ich hab die nicht selber unterbrochen. Ja, ja. Ja, ja. Kannst du mich noch irgendwie dazuholen? Nee. Hab ich eben geguckt. Oh. 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 Ich kann nur zur Lobby oder zum Hauptmenü. Äh, warte mal, vielleicht... Egal, ich verliere eh gar nicht. So? Dann haben wir noch mal von vorne geguckt. Nee, jetzt nicht. Hm? Ah. 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 Warte mal. Das hier war falsch. Boah, ey. Oh, blööööööööö. Was sind wir doch... Okay, jetzt weiß ich jetzt. Kann man auch erkennen. Oh, wie er lappt jetzt? Aha. Egal, echt. Wie immer. Yo, Baby, yo. Yo, Baby, yo, Baby, yo, yo. Baby, yo, Baby, yo, Baby, yo, yo, yo. Ey, die Kirche sah aber gut aus. Naja. Der hatte Ähnlichkeit mit einer aus Walking Dead. Naja, ihr habt's erfunden. Äh, äh, erkannt. Wir haben's erfunden. Fühlt. Du scheiße. Sag mal. Nicht den, nicht den. Zurück. So, ich brauch dich. Und dann... Du scheiße. Jesus. Und was war's? Pfeife! Nein, das ist doch keine Pfeife! Wie hättest du's denn gemacht? Die anders! Das ist auch die mit dem Feuerwehrfahrzeug, ne? Ja! Fünf Buchstaben! Ja, das wollte ich Forke schreiben! Ja, das hätte ich aber anders gezeichnet! Also mit anderen Farben! Ah, ich bin ja! Ach, du grüne Neune! Ja, na gut, so war's bis dann gar nicht! Ihr lacht jetzt! Wie kriegst du immer Sachen, die was mit etwas Eckigem zu tun haben? Ja! 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 Ich weiß, was du meinst, aber ... Ja! 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 Ja, das mal ein bisschen schneller. Ja, schon richtig fällt, so was da halt so hingebaut wird. Warte. Ja, das ist ja auch erst mal, ich weiß nicht, wie ich es anders zeichnen kann, ich hab keine Ahnung. Ich hab's vor Augen, aber ich kann's einfach nie besser umsetzen. Dingeln. Getreide. Getreide. Das sieht doch nicht aus wie Getreide. Ja, ja, das ist danach immer so einfach gesagt. Nachher ja. Warum bin ich eigentlich letztes? Achtbuchstaben. Boah. Boah. Ciao. Was sonst? Oh. Hoppala. Boah. Was sonst? Wie geil war der denn? Oh, das ist ja auch schon. Oh. 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 Oh, hier lacht die jetzt wieder. Was gibt's stehen? Wunderbar Pönis und Wasserhahn. Fast. 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 Wow! So hätte ich nicht gedacht. Wieso? Dass ihr das erratet? Ja, ich kann mir das nicht drauf. Ich auch nicht. Ich war bei dem WhatsApp hängen geblieben. Oh. Oh. Okay, warte mal. Ich kann es vielleicht noch anders machen. Alle das sind schwarz. Nein, du hast es auch noch erraten. Hätte ich nicht gedacht. Doch, aber erst, als es eine andere Form hatte. Anderes Aussehen. Oh, Mensch, ich habe hier gewonnen. Oh, Zweiter. Ja, schön. Jo. Ups. Boop. Ja, du hast Spaß getan. Boop. Was? Boop. Ach so. Ja, ja. So. Das ist bei Tageslicht. Okay. Falls ihr später danach noch Bock habt. Nein. Aus The Game of Life. Uno. Widget. Oder Goldshot. Nein. Alter, ich bin, ganz ehrlich, ich bin so froh, wenn diese Zeit nicht um ist. Ich bin so müde. Ja, eineinhalb Stunden noch Baby. Ja, eineinhalb Stunden noch Baby. Wahrscheinlich vergnügt. Yo. Mi, 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 mi. Einfach. Achso, nee, das war das falsche Licht. Das ist das richtige Licht. Dann, äh, ja, wünsche ich euch bei dem komischen Spiel da ganz... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.